Namaste, hier gibt es jetzt ein neues Satzhanghäbchen mit mir unter der Serie Frag Edgar und heute geht es um die Frage, woher kommt Bewusstsein, wer erzeugt Bewusstsein, wer hat es erschaffen. Ja, ich lese euch vielleicht die Frage am besten vor. Die Gisela fragt, ich trau mich mal, kann man eigentlich noch wissen, was Bewusstsein möglich macht, muss doch eine super, super Intelligenz dahinter sein, ein Plan, eine Kreatur, ein Kreateur, eigentlich schreibt sie Kreateur, ich habe Kreatur gelesen, oder sowas denke ich immer. Energie als Antwort reicht mir irgendwie nie. Jo, also meine direkte Frage, was macht Bewusstsein möglich? Eine schöne Frage. Aus meiner Sicht, wenn man Bewusstsein, das was Bewusstsein ist, wirklich zur Gänze erfahren hat, unmittelbar erfahren hat, als das, was ist, als das, was ich bin, was du bist, was jeder ist, was wir alle sind, dann ist es das, woraus alles letztlich erschaffen ist. Dann ist Bewusstsein selbst diese Quelle, nach der du fragst. Darum sage ich auch gar nicht Energie. Das ist nur auch eine Erscheinung im Bewusstsein letztlich, auch wenn es eins ist mit Bewusstsein. Und wenn du dann zum Beispiel sagst, die Antwort würde dich nicht befriedigen, dann liegt das daran, weil du dann Bewusstsein in seinem vollen Umfang nicht erfahren hast, sondern das verwechselst mit menschlichem Bewusstsein, mit diesem individuellen Bewusstsein, dass du glaubst zu sein, wo du glaubst, du wärst nur ein Tropfen einer von vielen und jeder hat dein Bewusstsein, dem ist aber nicht so. Du bist dieses ganze Bewusstsein, du bist alles, was ist. Und das braucht keinen Schöpfer. Hätte es einen Schöpfer, dann würdest du erst recht wieder fragen können, und wer hat diesen Schöpfer erschaffen? Wenn da ein Schöpfer wäre, der so immens intelligent ist, also super, super, super intelligent, den gibt es ja, nur ist das eben Bewusstsein. Aber wenn es einen gäbe jenseits vom Bewusstsein, der das alles schon schafft, dann müsste es ja noch eine viel intelligentere und großartigere Kreatur sein, die auch diesen Schöpfer erschafft. Also der Schöpfer selbst wäre ja dann nicht der Kreatur, sondern auch wieder eine Kreatur, also ein Objekt. In Wirklichkeit ist aber Bewusstsein selbst schon das Subjekt, das eine Subjekt. Das braucht keinen Schöpfer. Die Schöpfung selbst erschafft sich in jedem Moment selbst aus Bewusstsein heraus. Und wenn man zurückgehen möchte, wenn man Bewusstsein als Ich bin bewusst sieht, dieses Ich bin ist auch schon eine Erscheinung in Bewusstsein. Das reine Bewusstsein, ich nenne es gern Gewahrsein oder Sein an sich, das kommt letztlich aus dem Nichts. Dieses Nichts ist nicht einfach nur Nichts. Dieses Nichts ist letztlich das eine Subjekt, aus dem alles entsteht. Und es ist nicht einmal Subjekt. Selbst sich als Subjekt zu sehen, ist schon eine Erscheinung. Sich selbst als Bewusstsein zu sehen, ist schon eine Erscheinung und auch eine Identifikation. Es braucht alles nicht. Bewusstsein ist. Und für Bewusstsein gibt es nur Bewusstsein und alles erscheint in diesem Bewusstsein. Und das ist kein Schöpfungsprozess. Das geschieht. Das ist ein Geschehen. Es braucht keinen Schöpfer. Schöpfer braucht es in der menschlichen 3D-Dimensionalität, wo man etwas macht und erschafft. Jenseits dessen, sozusagen in höheren Dimensionen, ist Schöpfer, Schöpfung und Erschaffen, diese 3 sind 1. Völlig 1. Also Schöpfer und Schöpfung ist 1. Der Vorgang des Erschaffens ist ebenfalls da drin mit enthalten. Also ich bin nicht nur der Schöpfer, ich bin die Schöpfung. Also ich bin der Kreatur und ich bin die Kreatur und ich bin nicht nur das Erschaffene und der Erschaffende, sondern ich bin auch das Erschaffende. War eine kurze Unterbrechung, tut leid. Also ich bin auch das Erschaffene und das Erschaffende und der Prozess des Erschaffens. Da braucht es nichts Externes. Du bist das alles. Und ich bin das alles. Wir alle sind das alles. Wenn ihr weitere Fragen habt, bitte gern bei mir auf der Facebook-OWK-Seite in dem angebindten Beitrag. Darunter könnt ihr Fragen stellen und andere Fragen bewerten. Ihr findet es auch immer unter dem Kurzlink www.owk.eu-frag-etgar. Und ich freue mich über Gefällt mir. Ich freue mich, wenn ihr es teilt. Sofern es euch gefällt und ihr es gut findet. Auch über Abos von meinem Kanal. Egal wo ihr das jetzt schaut. Auf Facebook, auf meiner Facebook-Seite. Auf YouTube, auf Instagram. Freue ich mich, wenn ihr da liked, teilt und auch den Kanal abonniert. Ja. Und wünsche euch eine gute Zeit. Das nächste Häppchen kommt dann wieder in einer Woche. Alles Liebe. Namaste. Alles Liebe. Vielen Dank.